Idyllisch gelegen am Rennsteig zwischen Neuhaus am Rennweg, Steinach und Saalfeld ist das Waldhotel Feldbachtal, eine Oase mitten im Wald von Thüringen. Als familiär geführtes Hotel bieten wir modern eingerichtete Doppelzimmer und auch gemütliche Bungalows. Konferenzräume, eine Bowlingbahn mit Bar, Sauna und Fitnessraum runden das Angebot ab. Und unsere Küche versorgt alle Gäste mit gutbürgerlicher thüringischer Kost und vielen Spezialitäten. In enger Zusammenarbeit mit der Stadt Neuhaus und der Gemeinde Lichte bieten wir unseren Gästen ein rundes touristisches Angebot im Waldhotel Feldbachtal.